Grüß euch, bei mir ist jetzt der Patrick. Servus Patrick. Servus. Patrick, man sucht mir jetzt deine Traumfrau, oder? Schon. Jetzt sollte ich gerne erst einmal was von dir wissen. Magst du was erzählen? Ja, ich bin der Patrick. Ich bin 19 Jahre alt. Ich bin seit zwei Jahren Single. Was machst du so in deiner Freizeit, Patrick? Ich spiele gerne Fußball oder mit Freien Treffen, Kino, sowas. Bist du eher ein gemütlicher? Schon. Und wie stellst du dir deine Traumfrau vor? Ja, der Charakter soll auf jeden Fall gut sein. Sie soll nicht zu dick sein. Und ja, das war... Gibt es irgendwas, wo du sagst, mit dem musst du leben können, wenn es mit mir zusammen sein will? Nein. Gar nicht. Hast du keine kleine Schwäche oder sowas, wo du sagst, das musst du aushalten können? Nein. Verkommen wir jetzt nicht? Nein, ich habe gar keine Schwäche. Okay. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das darf ich gar nicht an der Frau da backen? Wenn es zu sehr zickig ist. Also möchtest du auch eher so eine wie die, eine ruhige, eine grübige? Genau. Alles klar, super Patrick. Das war's schon wieder. Das war jetzt der Patrick. Wenn ihr den Patrick kennenlernen wollt, dann meldet ihr euch bei ihm. Führt euch! Ja. 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 Ja.